Mitglied Gacken, ganz ehrlich, ich wollte nur bei YouTube meinen neuen Mitgliedschaftskanal bewerben, was es da für Preise gibt und was da für Dinger sind, aber doch nicht mit so einer Scheiße. Bitte, warum ist das so billig gemacht? Warum sagt ihr nur ein Wort? Schnitt, 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 ich halte mich doch nur an das Drehbuch, was soll ich denn machen, Mensch? Bitte, wenn du uns so wenig Geld gibst, das ist eine Low Budget. Mehr kann ich nicht machen, dann müssen wir halt billig machen. Deine Kanalmitgliedschaften kosten doch auch nicht gerade mehr, also. Ich kann so einfach nicht arbeiten, wirklich. Ich kann so nicht arbeiten. Ich hab den billigen, pinken Plastikstuhl. Glaubst du, mir macht das Freude. Okay, ist ja in Ordnung. Okay, okay, beruhigen wir uns erstmal. Dann machen wir mal weiter mit den Takes. Vielleicht wird's ja besser. Ich hab ja keine Ahnung, okay? Lassen wir es einfach auf uns zukommen, okay? Komm mit mir, wenn du leben möchtest. Oh, ich fass es nicht. Was soll die Szene? Was soll das mit dem Ball? Ey, Low Budget hin oder her, aber das ist ja krank. Also, tut mir leid. Was soll das? Ey, jetzt krieg dich mal wieder ein, okay? Wir machen da einfach ein paar Low Budget, dann tun wir da einfach statt dem Ball ne Motorrad hin. Und ja, ein paar Bildschirmeffekte, bum, bum, bam, bum. Und dann passt die Einstellung. Ist doch alles cool, okay? Hi, Leute. Ab sofort gibt es verschiedene Vorteile bei mir auf dem Kanal für Mitglieder. Es gibt einmal den Super Saiyajin für 1 Euro, den Super Saiyajin Blue für 3 Euro, den Super Saiyajin God für 5 Euro und den Ultra Instinct für 10 Euro. Je nachdem, was ihr wählt, habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Hier sind zum Beispiel Logos für euch dabei, Emojis sind dabei. Die Kommentare werden mehr beantwortet. Ich kann halt nicht jeden Kommentar beantworten, aber wenn ihr Mitglieder seid, dann werden die auf jeden Fall mehr beantwortet. Den Super Saiyajin Blue, da habt ihr Zugriff auf VIP-Räume im Discord und natürlich die folgenden Vorteile. Und hier bei Super Saiyajin God, da bekommt ihr eine Erwähnung am Ende eines Videos. Und bei Ultra Instinct habe ich mir überlegt, ich mache ja selber Twitch-Starter-Packs. Also hier gibt es Emotes und GIFs umsonst und ich werde das immer wieder ein bisschen aktualisieren, immer wieder neue hinzufügen. Am Start sind jetzt erstmal Dragon Ball und Bleach. Bitte nicht als Zwangssinn Mitglied zu sein. Wenn ihr das Geld habt, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann gerne. Aber ihr sollt jetzt nicht unbedingt glauben, dass das ein Bus ist oder so, okay? Ihr unterstützt mich auch, indem ihr meine Videos anschaut und abonniert und auch liked und kommentiert, okay? Genauso wie auf Twitch und auf YouTube, okay? Ihr seid die Besten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Zeige mit Daumen, dass Mitglied cool ist auf YouTube. Lächel dabei.